Denn der wohl mit Abstand größte Mythos zum Thema Dutch Oven ist... Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Great. Heute geht es um die fünf größten Fehler, die ich mit einem Dutch Oven machen kann. Wir klären dadurch wirklich alle Fehler, die man mit einem Dutch Oven machen kann, denn eigentlich gibt es da nicht viel falsch zu machen. Ich habe mir aber fünf Dinge rausgesucht und dabei muss ich ehrlich zugeben, ein Punkt davon, das ist so ein Lückenfüller, aber vor allem der letzte Punkt. Damit klären wir einen der größten Mythen zum Thema Dutch Oven überhaupt. Dranbleiben, los geht's! Wer bereits Videos von mir gesehen hat, merkt, ich stehe nicht in meiner üblichen Location bei mir zu Hause in der Außenküche, sondern ich stehe hier bei mir in der Grillschule. Wem das also nicht aufgefallen ist, den würde ich bitten, einmal ein Abo da zu lassen, wenn ihm am Ende das Video auch gefallen hat und natürlich gerne auch einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar schreiben. Damit könnt ihr auch dieses Video ergänzen. Vielleicht fällt euch ja noch ein Fehler ein, den ihr explizit gemacht habt, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass man den machen kann und dann könnt ihr somit anderen helfen. Darum soll es jetzt aber nicht länger gehen. Wir starten direkt mit Punkt Nummer eins und das ist auch direkt ein verdammt wichtiger Punkt, nämlich die Lagerung vom Dutch Oven. Dieser Punkt ist sehr wahrscheinlich der zweitgrößte Fehler aus diesem Video, der mit Dutch Oven gemacht wird. Ich sehe ganz häufig, dass nach dem Grillen der Dutch Oven mit Essensresten entweder im Grill verbleibt oder in der Küche steht und dann dort ein paar Stunden, wenn nicht sogar ein, zwei Tage steht und dann öffnet man irgendwann den Deckel und kriegt einen großen Schrecken. Das ist natürlich fatal. Wenn ihr sowas habt, müsst ihr einmal den Dutch Oven grundreinigen und sehr wahrscheinlich auch nochmal neu einbrennen. Zum Neueinbrennen habe ich bereits ein Video gemacht, verlinke ich euch einmal hier. Aber selbst wenn ihr den Dutch Oven gereinigt habt mit Wasser und oder Spüli. Thema Spüli wird beim fünften Punkt eine entscheidende Rolle spielen. Jedenfalls, wenn ihr den Dutch Oven gereinigt habt nach bestem Wissen und Gewissen und ihr stellt ihn dann in die Ecke, könnt ihr einige Fehler dabei machen. Was ein Dutch Oven nämlich gar nicht abkann, ist andauernde Feuchtigkeit. Und Feuchtigkeit haben wir, wenn wir einen Dutch Oven gereinigt haben mit Wasser. Und die Feuchtigkeit, die wir von der Reinigung noch im Dutch Oven haben und wir schließen dann den Deckel, die kann nicht entweichen. Die bleibt im Dutch Oven und diese hohe Luftfeuchtigkeit, die sich da entwickelt, die sorgt dafür, dass der Dutch Oven anfängt zu korrodieren und zu rosten. Um das zu verhindern, gibt es jetzt verschiedene Tricks. Entweder den Deckel ablassen, den Dutch Oven die ganze Zeit auflassen, dass er an der Luft trocknen kann. Aber das ist erstens nicht so platzsparsam und zweitens haben wir ja trotzdem Luftfeuchtigkeit, die den Dutch Oven angreifen kann. Als Lösung kann ich euch deswegen empfehlen, nehmt zwei, drei Tücher Zeva und legt die zwischen den Dutch Oven und den Deckel. Dadurch habt ihr eine Belüftung des Dutch Ovens und Zeva nimmt die Feuchtigkeit aus der Luft auf, wodurch der Dutch Oven deutlich länger korrosionsfrei bleibt. Ihr seht also, wir sprechen hier nicht nur Fehler an, sondern ich gebe euch immer gerne auch Lösungen mit auf den Weg. Wenn ihr das zu schätzen wisst, denkt an ein Abo für diesen Kanal. Machen wir weiter mit Punkt Nummer zwei. Und wie ich am Anfang schon angekündigt habe, bin ich nicht ganz auf die fünf Fehler gekommen. Deswegen habe ich diesen Fehler noch mit reingenommen. Ich gehe aber mal davon aus, dass den hoffentlich keiner machen würde. Und zwar, wenn ich den heißen Dutch Oven vom Grill habe, fast noch leer oder vielleicht noch so ein paar Essensreste drin. Der ist aber noch heiß, vielleicht weil ich was warm gehalten habe auf dem Grill oder weil ich das Essen direkt rausgeholt habe und dann sofort mit dem Dutch Oven in die Spüle gelaufen bin. Und ich fülle dann eiskaltes Wasser in den brüllend heißen Dutch Oven. Dieser Wärmeunterschied, der tut keinem Material gut. Vor allem nicht so einem pürösen und grubporigen Material wie Gusseisen. Wenn ich das mache, besteht tatsächlich die Gefahr, dass mir der Dopf einfach zerbricht. Das war es dann auch schon für Fehler Nummer zwei. Bitte einfach tunlichst unterlassen. Machen wir weiter mit Fehler Nummer drei. Der ist deutlich praxistauglicher und auch mir in meiner Vergesslichkeit schon mal passiert. Und zwar ist dieser Fehler, mal eben nachschauen, wie weit das Essen im Dutch Oven ist. Und dann greift man sich den Deckel, hebt hoch und merkt, ich habe keine Handschuhe an. Den Dutch Oven einfach so anzufassen oder ihn sogar auch aus dem Grill herausholen zu wollen, ohne einen entsprechenden Deckelheber oder hitzeresistente Grillhandschuhe. Das ist ein großer Fehler und so in der Flüchtigkeit und vielleicht auch mal in der Hektik kommt das dem ein oder anderen mal vor. Da bitte also aufpassen und wenn ihr euch einen Dutch Oven besorgt, Grillhandschuhe zu Hause haben oder einen Deckelheber. Sonst habt ihr nachher große Probleme, den Dutch Oven wieder vom Grill zu bekommen. Weiter geht es jetzt also mit Fehler Nummer vier. Auch hier geht es wieder ums Thema Hitze, wie bei Punkt Nummer zwei. Allerdings vielleicht ein bisschen praxisnäher. Und ich möchte hier auch darauf hinweisen, dass man sich da vielleicht auch in bestimmten Fällen gar nicht so die Sorgen machen sollte. Nämlich das Vorheizen des Dutch Ovens. Für die meisten Gerichte, wofür ein Dutch Oven gedacht ist, brauche ich ein Dutch Oven nicht vorheizen. Ich würde euch also grundsätzlich erstmal empfehlen, ein Dutch Oven nicht prinzipiell vorzuheizen, sondern erst das Essen da reinzufüllen und dann den Dutch Oven auf einen vorgeheizten Grill zu packen. Gasgrill, Holzkohlegrill oder auch übers offene Feuer spielt am Ende gar keine Rolle, weil es geht nachher nur noch um die Temperatur, die auf den Topf einwirkt. Und egal welche Quelle diese Hitze erzeugt, im Dutch Oven verändert sich das Essen dadurch nicht. Man könnte aber auch auf die Idee kommen, mit so einem tollen Gusseisenteil, mit dem Deckel oder mit dem Topf auch selber, am Anfang Fleisch erstmal anzubraten, um richtig schön Röstaromen reinzubekommen. Und um das zu tun, kann man den Dutch Oven natürlich vorheizen. In diesem Fall ist das absolut gerechtfertigt. Aber wenn ich das über offenem Feuer mache, also wirklich ein Feuer aus Holz, dann kann ich damit Temperaturen erreichen, die liegen über 600 Grad. Bis zu 800 Grad sind da auch mal möglich. Und wenn ich jetzt mein Dutch Oven einer solch brutalen Hitze aussetze, dann hält das das Material eventuell nicht aus, wird spröde oder reißt vielleicht sofort ein. Beziehungsweise wenn ich dann mein Essen hineingebe, was ja deutlich kälter ist als 600 Grad, dann habe ich wieder eine so starke Temperaturdifferenz, dass mir da der Dutch Oven reißen könnte. Wichtig ist für mich aber dabei zu erwähnen, mache ich sowas auf einem Gasgrill oder auf einem Holzkohlegrill, dann brauche ich davor gar keine Sorgen zu haben. Denn ich erreiche hier Temperaturen bis 400 Grad, die auf den Dutch Oven einwirken. Und das ist ein Temperaturbereich, den hält der Dutch Oven aus. Trotzdem ist es nicht empfehlenswert, einen leeren Dutch Oven volle Pulle zu erhitzen. Kennt ihr vielleicht aus der Küche. Eine normale Stahlpfanne stellt man auch nicht einfach auf den Herz und heizt die volle Pulle hoch, sondern das macht man nur, wenn Lebensmittelinhalte bereits in der Pfanne oder in einem Topf drin sind. Gut, das liegt ganz einfach daran, dass die Lebensmittel das Material ja auch runterkühlen. Die Lebensmittel erhitzen wir nicht auf 400 Grad, sonst könnten wir sie nachher nicht mehr essen, sondern da bewegen wir uns immer in einem Temperaturbereich zwischen 50 und vielleicht 130 Grad. Wenn wir irgendwas mit viel Öl machen, bewegen wir uns auch Richtung 200 Grad. Aber über 200 Grad, da erhitzen wir unsere Lebensmittel im Idealfall zumindest nicht. Kommen wir jetzt zum Fehler Nummer 5. Und hier geht es um die Reinigung, um die Verwendung von Spülmitteln. Ein klitzekleines bisschen Chemie ist dabei, damit ich auch meine Aussage hier untermauern kann. Denn der wohl mit Abstand größte Mythos zum Thema Dutch Oven ist, man darf ein Dutch Oven nicht mit Spülmittel reinigen. Und das ist falsch, möchte ich fast sagen. Ja, das klingt jetzt sehr drastisch und hart, aber man darf ein Dutch Oven mit Spülmittel reinigen. Warum sagen denn Leute, man dürfte das nicht? Ganz einfach deshalb, weil man bei einem Dutch Oven eine Patina hat. Ein Dutch Oven ist bereits bei der Auslieferung eingebrannt. Sonst wäre der nicht so tiefschwarz, wie ihr den seht. Bekommt ihr ein Dutch Oven mit so einer Farbe, dann ist der bereits pre-seasoned, nennt man das. Der ist also bereits eingebrannt. Ihr müsstet das vor der ersten Verwendung nicht mehr tun. Könntet ihr nochmal machen. Müsst ihr aber nicht. Diese Patina-Schicht hat zwei Aufgaben. Erstens, sie soll den Dutch Oven vor Korrosion schützen. Und zweitens, sie soll als Antihaftbeschichtung dienen. Das sind zwei positive Eigenschaften, die man sich angeblich mit Spülmittel wieder kaputt machen würde. Warum? Weil eine Patina mit Öl erzeugt wird. Und Öl würde ich ja lösen, wenn ich jetzt Spülmittel in einen Dutch Oven packe. Und deswegen wird gesagt, bitte nicht mit Spülmittel an den Dutch Oven rangehen. Das Problem dabei ist jedoch, dass ich mit normalem Wasser, sei es kaltes Wasser oder heißes Wasser, Fette, also Essensreste, die fettliebend sind, Wasser abweisend und fettliebend sind, dass ich die nicht gelöst bekomme mit Wasser. Das kennt man ja generell. Wenn man etwas sauber macht, was fettig ist, dann komme ich mit Wasser nicht weit. Und wenn ich in meinem Dutch Oven etwas mit Öl zubereite, wenn ich Fleisch, wo Fett dran ist, zubereite, wenn ich Butter zu meinem Gericht mit dazugebe oder oder oder, sobald Öl im Spiel ist, dann komme ich mit Wasser in der Reinigung nicht so weit, wie wenn ich einen Emulgator nutze. Also ein Bindeglied, was Wasser und Öl zusammenpackt, damit ich das dann gemeinsam auswaschen kann. Das Problem ist jetzt aber, dass wir beim Dutch Oven ja diese Patina haben, die aus Öl entstanden ist und wir diese Patina ja dann entfernen würden, wenn wir einen Öllöser mit in den Dutch Oven geben würden, wie zum Beispiel Spülmittel. Klingt erstmal logisch, ist aber zu kurz gedacht. Denn ist eine Patina denn tatsächlich noch Öl? Ist das denn noch Fett? Und wenn wir uns das chemisch anschauen, müssen wir sagen, nö. Öl. Das sind keine Fettsäuren mehr, die gebunden sind. Denn in dem physikalischen Vorgang des Einbrennens verändert sich das Öl natürlich auch chemisch. Das bedeutet, wir zersetzen das Öl, wir zersetzen die Fettsäuren zu einzelnen kleineren Kohlenstoffketten. Und diese Kohlenstoffketten, die bilden eine Art Polymer, sage ich jetzt mal. Das ist chemisch gesehen nicht ganz richtig, weil ein Polymer ist sehr gleichmäßig angeordnet und entsteht durch eine Polymerisation. Die haben wir jetzt hier nicht, wenn wir den Einbrennvorgang haben. Wir haben aber trotzdem Kohlenstoffketten, die sehr, sehr lang werden und eine Schutzschicht hier auf dem Material bilden. Das Material ist ja sehr uneben und diese Unebenheit, die wird dadurch ausgeglichen und es entsteht eine deutlich glattere Oberfläche, die dafür verantwortlich ist, dass eben nichts mehr so viel anbrennt oder kleben bleibt. Und die dafür verantwortlich ist, dass das Material, was sich darunter befindet, vor äußeren Einwirkungen, wie zum Beispiel Luftfeuchtigkeit, geschützt wird. Diese Kohlenstoffketten, die sind jetzt aber gegenüber Spüli gar nicht so empfindlich, wie sie das vorher in ihrer Struktur als Öl waren. Und das bedeutet, dass es aus physikalischer und chemischer Sicht eigentlich gar keinen Grund gibt, nicht mit Spülmittel an einen Dutch Oven ranzugehen. Der Fehler, auf den ich mich also beziehen möchte, ist, den Dutch Oven nicht richtig zu reinigen. Wenn ich nämlich hier drin was gemacht habe, was besonders viel intensive Aromen enthält, nehmen wir als Beispiel mal Fisch, dann sind Aromen fettliebend. Fettliebend bedeutet vor allem, wenn ich Öl und Fett in meinem Dutch Oven habe, dann setzen die sich da rein. Und wenn ich Fisch zubereitet habe in einem Dutch Oven mit ein bisschen Fett, dann riecht der Dutch Oven jahrelang nach Fisch und nach ranzigem Fett, mal so beigemerkt. Diesen Geruch bekomme ich ohne einen Emulgator, also zum Beispiel Spülmittel, nicht aus dem Dutch Oven heraus. Und das Ganze ist sehr unhygienisch. Normales Leitungswasser reicht hier einfach nicht aus, um meinen Dutch Oven hygienisch rein wieder sauber zu machen. Das mit dem Fisch war nur ein Beispiel, weil es am markantesten riecht, gilt aber auch für alles andere. Für das Thema der richtigen Reinigung benötigt es dann nochmal ein explizites Video. Damit das Video aber nicht zu lang wird, werde ich das Ganze mal an dieser Stelle abbrechen. Wir haben fünf Fehler geklärt. Wir haben einen ganz großen Mythos aufgeklärt. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben für dieses Video da. Wenn ihr noch nicht Teil der Community seid, lasst gerne auch ein Abo da. Oder kommt zu uns in die Facebook-Gruppe, die Grill Community. Wenn ihr Bock habt, hinter den Kulissen ein bisschen was zu erfahren, dann kommt auch gerne auf Instagram vorbei. Wenn ihr noch nicht den richtigen Dutch Oven für euch gefunden habt oder einen weiteren braucht, dann verlinke ich euch in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar die mit Abstand besten Angebote. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Video. Ciao!